Star Wars Empire at War Star Wars Empire at War Star Wars Empire at War Ah, gut. Es ist meine Programmierung. So. Ähm, da hin. Okay, ansonsten können wir Quad hier noch weiter ausbauen. Joa. Ja, die Flotte, die ist stark genug, würde ich mal behaupten. Verteidigungsflotte. 4-3-3. Da fehlen halt noch Kampfschiffe. Die baue ich ja gerade. Okay. Ähm, Majeto. Ja. Sofort da. Und endlich Majeto wieder. Und dann noch Dantuin. Und dann ist hier oben schon alles gecleared. Sehr nice. Superkampftuiden brauche ich. Die kann ich aber noch direkt die Verlust bauen. So. Majeto, die Map kennen wir ja. Und direkt durchlaufen. So, nochmal Droiden. Äh, Panzer. Buggies. Oh, nein. So. 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 Ok, jetzt gehen wir einmal kurz hier Turbolasern wandert glaube ich gar nicht so dumm Wobei ich den Planeten ja hauptsächlich zum Geldfahren benutzt, deswegen war schon klar, dass ich den nicht so krass befestigen kann, weil ich halt die Kohle brauche So, so nämlich Und jetzt einfach rein So, dann ihn Und dann einfach rein Und drauf Okay, ich glaube ich habe hier noch den Bunker und dann war es ja schon Ja, Sir Ich will einen größeren Blaster Oder auch nicht, ok, interessant Was ist das Ding? Ok, irgendwo habe ich dann schon noch etwas gesehen Okay Sooo So Dann nochmal hier runter Oh und hoch Okay Dann ist da wahrscheinlich im Bunker noch etwas drin Ja Einfach draufbomben Ok, ich habe keine Ahnung wo nur Einheiten sind Ok Insofern Okay Wird einfach entspannt, das Gegner jagen Reinforcements Wird 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 Okay, jetzt haben wir es, der Shoot, Mailletur geht wieder uns. Wie viel Kohle wir haben, ey. Ab nach Dantuinen. Ganz kurz auf die Droiden warten. Und 5. Hallo? Und 5. Just in course. So, Miner, Miner. Der Frick. Geld, Geld, Geld. Geld. Immer Geld. So, 14 Stück. Dantuinen. Ja. Direkt durch. Ähm, ich brauch schneller eine. So, die... Ich muss mitnehmen. Ja. Ja. Das war mal. Holt euch den Punkt, Jungs. Oh, Mädels. Gibt es zwar bei den Droiden nicht, aber egal. So. Ja, oder so. Ja. Ja. Oh. Hört nur ein jetzt. Holding position. Dwarf spidertroid reporting. We secured a landing zone. Okay. Roger, roger. Roger, roger. So nehmt mich. Kurz gucken wo der Schildgenerator ist. Hm. Vielleicht da oben. Es gibt schon viele Toralyzer-Türme bis ich da bin. Was wollen wir jetzt? Deren Mission die gerade ist? Man weiß es nicht. Gutsch. Ja, der ist er. Ja, jetzt. Einfach rein. Ist er du? Du nicht. Du gibst mir nur einen passiven Bonus auf 15% mehr Gesundheit. 25% meine ich. Schon echt starkes. UNIT DESTROYED Nicht. Ja, das geht jetzt hier ganz schnell. Dann haben wir Dantuin, dann haben wir hier den... Nordwesten, West-Norden, Nordwesten. West-Norden hört's ein bisschen komisch an. Den Nordwesten komplett gecleared. UNIT DESTROYED Noch mal Luftanheiten ran holen. So, hier nach da. Und hier nach da. Da steht irgendwas nicht zu stimmen. Hm, da ist er. Und tot. Jo. Ein Bombing-Man drüber schicken. Tschüss Farm. Hey. Ich weiß gar nicht, muss ich... Alle Gebäude zerstören? Oder... Ne, ich meine beides, ne? Ich muss alle Gebäude zerstören und alle... Also alle... ...republikanischen Einheiten vernichten. Verkommung ist egal, die passiert nicht. Sehr gut. Haben wir Dantuin erobert? Ist aber verloren. Noch ein bisschen was. Nicht der Rede wert. Okay. Nice! Ähm... Alderan parken. Und euch parke ich bei DUO. Aber Kurulak wird angegriffen. 4, 3, 3... Ich hab den Planetenfeld immer noch nicht. Ähm... Bezüglich Bodengeschütz und Raumstation. Deswegen lass ich mal ganz kurz gucken. Ich glaub, wir ziehen uns lieber wieder zurück. Äh... Was uns jetzt hier erwartet... Ah, wobei... Ne, wir ziehen uns nicht zurück. Machen wir mal easy platt. Roger, roger. So... Kampfschiffe hier bündeln. Und... Jetzt bringen wir den Krieg nämlich zu denen. Ah, well... It's my programming. 4, 11... Ähm... Ich hab so viele... Jäger, dass sie einfach gar nicht angezeigt werden. Okay. Bomber. Ähm... Aber drauf. Einfach drauf. Du auch feierfrei. Die 631s sind nicht die höchsten Lichter. Ein bisschen micro-managen gerade. Ich soll einfach irgendwas angreifen. Das ist total egal. Ich hab eh Jäger übermacht. So... Ja, die Teilen aber auch ganz gut aus. So... Ähm... Auf Blockonen. Okay. Ah, well... Bomber hab ich bis der Arzt kommt. Darauf. Noch mehr Bomber. Attacke. Schnappt euch die Engine. Geht's mal in Providence? Der geht's gut. Ich glaub wir weiss nicht wo sie hinschießen sollen. Ja... 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 Okay... Bisschen Bastroiden mal wieder auswerfen. Ganz schön viele Heldenjäger mit. Ähm... Auf Blockonen bitte. Ja... Ja... Hm... Ja... Könnt ihr jetzt mal hier bitte... Ja... 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 Ich glaub es läuft nämlich gar nicht so gut mit der so viel Jäger Abwäschefahrt, oder? Ja... 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 Wie hab's mir besser vorgestellt von der Performance her... ...bevor meine Einheit nämlich gar nicht. Wir fighten das jetzt, wenn wir das verlieren, ist auch nicht schlimm Okay, dann nochmal neu bauen Ob hier keinen von dem platt kriegt? Echt bitter Ob der Sack immer noch lebt? Ich weiß jetzt nicht, wo der Alarm da wieder herkommt Alle auf, Maze Windu, danke Äh, Plukon Ah, well, it's my programming They don't stand a chance Ah, Sir Also, es ist ne ganz nette Flotte, die ich hier hatte, nur, die hat halt absolut keine Kampfkraft Also, so, yo, das Ding ist hier das Tank hier, aber es macht halt absolut kein Damage Also nicht so viel Hallo, hier ist noch einer Was würde das eigentlich los... Ja, kurz automatisch machen Okay, ähm Ja, wir machen jetzt sofort platt mit unserer Hauptarmee Ein dickes Eis draufpacken Okay, ich möchte Zwei davon Zwei davon Einen hiervon Zwei davon, zwei davon, einen hiervon Aufwärts Ist Jango nicht vorne? Er ist tot? Okay. Attacke. Hä, aber wo ist das mit Jango passiert? Weiß ich gar nicht mehr. So. So. Ja, ihr macht das schon. Ähm. So. Wortwörtlich Idiots. So. Du darfst auch nochmal. Auch einfach rein da. Okay. Okay. Wo ist Anakin? Hier ist Anakin. Alle auf Anakin. Ich darf nicht auf einmal sein. Ja, ich darf nicht auf einmal sein. Deswegen Needle, Herr. Jetzt nicht auf einmal sein. Aber jetzt gilt die Köder. In Leger sind wir nicht auf einmal sein. Ich will euch nicht auf einmal sein. Ich will einfach einen Ereken Dop ganieren. Ich will jetzt nicht auf einmal sein. Ich weiß nicht auf einmal sein. Er ist tot, mhm. Er läuft Poconen. Sehr gut. Gegen Mastritoidenjäger kann so ein Jäger dann... also ein Jäger... äh... ...so ein Hild dann auch nichts machen. Ja. Kurz gerecht. Aber was ist mit Django? Das ist die Frage. Ähm... ist nicht der Rede wert. Was ist denn? Ich hab gestorben, okay. Das ist ja jetzt nicht der Rede wert. Okay, weiter geht's. Kann ich noch irgendwas machen? Oh, ne. Okay. Dann ihr ab nach... ...Duro. ... 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 So, dann machen wir das hier so, hier grift hier an, ganz kurz auf Pause machen, gerade eine Biene in meinem Zimmer, bis gleich. So, die Biene ist jetzt wieder auf freiem Fuß. So, ihr könnt stehen bleiben. Komm mal, check her, hopp. So, ähm, check her. Yes, yes, yes sir, yes sir, destroyer 95. Hier auch an die Front, mal über die Jagen reinhauen. So, du volle Feuer, weiter jetzt da drauf. Okay. Ja. Das war die Flasche hier über Korolak. Überall noch besiegt, sehr nice. Parken wir da jetzt, Admiral Trench. Ähm, er kommt an die Spitze und hier haben wir Jango. Sehr schön. Okay. Dann war's das auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.